Ich wünsche dir eine gute erste Schicht im Leckers, mein Bester. Gar nicht nervös werden, die Kasse ist dein Freund. Wir schaffen das mit der Mathematik und mit dem System. Alles easy. Du wirst das hinbekommen, der Hut steht dir super. Und ich freue mich ganz doll. Und jetzt nochmal einen kleinen Applaus, Kevin. Okay, okay. Marco, Marco, Marco. Marco, freu mich, dich im Team zu haben. Okay, wir können. Marco, warte. Ich sage dir ganz ehrlich, willkommen an Bord. Und wirklich herzlich willkommen. Wir freuen uns gemeinsam mit dir, eine erfolgreiche Zeit zu haben. Marco, 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 yeah. Marco ist der beste Mitarbeiter. Kannst du mich bitte nochmal hinlegen? Bitte leg dich nochmal hin. Dieses Iphone ist so respektlos, Digga. Oh mein Gott, ey. Ich kann nicht mehr. Oh, Marco, pass auf. Marco, Marco. Wer ist mein Lieblingsmitarbeiter? Okay, 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 okay. Okay, mein M-A-R-C-O heißt es Marco. Marco, er arbeitet an der Kasse neben dem Klo. Okay, jetzt geht's los. Okay, let's go. Okay, ich starte den Tag, ja. Jo, starte den Tag. Jo, starte den Tag.